Hallo Leute und herzlich willkommen bei einem weiteren kleinen Verkaufsvideo. Am besten ihr schreibt mich an, wenn ihr was braucht. Und jo. In letzter Zeit sollte euch auch aufgefallen sein, dass ich sehr viel verkaufe. Das liegt wirklich daran, dass ich, ähm, ja, das Geld wirklich dringend brauche. Hier sind auch noch so ein paar andere Karten. Also falls ihr was braucht, einfach anfragen. Ich hab echt fast alle Karten da. Aber auch wenn jetzt hier irgendwas nicht zu sehen ist, einfach mal nachfragen, ob ich was aus euren Ones habe. Und dann werde ich mich bemühen, ähm, die Sache auch zu finden. Das war's von mir. Macht's gut Leute. Bleibt so cool wie ihr seid. Und bis zum nächsten Video. Ciao.